Melikros der Sohn des Neopetolemus war ein Feldherr Alexanders des großen Leben. Melikros wird erstmals im Zusammenhang mit Alexanders Feldzug gegen die Traka und Geten 335 v. chr. erwähnt. Während der Schlacht am Granikos kommandierte er eine Abteilung der Phalanx ein Posten, den er auch bei den weiteren Feldzügen des Alexanderzuges innehaben sollte. Gemeinsam mit Koenus und Petolemus dem Sohn des Seeleukos wurde er zum Kommandeur derjenigen Truppen von Neufamilien ernannt, die von Karin aus in die makedonische Heimat beordert wurden, wo sie den Winter 334-333 v. chr. verbrachten. Im Sommer 333 v. chr. findet man Melikros wieder bei Alexander in Gordion. In der Folge nahm er an den Schlachten von Issos und Gaugemle teil, dann kämpfte er an der Seite von Krateros gegen die Truppen des Daraos, die die persische Pforte besetzt hielten. Später war er am Übergang über den Hüdersbis und an weiteren Unternehmungen in Indien beteiligt. Trotz all dieser Aktivitäten wurde er nicht zu Ämtern der militärischen Führungsebene befördert. Erst nach dem Tod Alexanders 323 v. chr. kam seine Chance, die er sofort nutzte. Über sein Verhalten in dieser Situation gibt es verschiedene Berichte. Justinus zufolge schlug er als erster im Rat der Feldherren vor, dass entweder Philipp III, Ahidaeus Alexanders geisteskranker Halbbruder oder aber Heraklis der illegitime Sohn Alexanders und Basine, König werden solle und dass man nicht auf die Geburt des legitimen Kindes warten dürfe, mit dem Roxane zu dem Zeitpunkt noch schwanger war. Kertius Rufusch dagegen berichtet, Melikros habe den Reichsverweser Perdikas, der sich für eben dieses ungeborene Kind einsetzte, heftig beschimpft und habe die Versammlung unvermittelt verlassen, um die makedonischen Soldaten zum Aufruhr gegen Perdikas aufzustacheln. Diodorus wiederum schreibt, die Feldherren der Versammlung hätten ihn zu den aufgeregten Soldaten geschickt. Um diese zu beruhigen, Melikros habe sich dann aber deren Unmut zu eigen gemacht und sich mit ihnen verbündet. In jedem Fall war es Melikros schnell gelungen, sich an die Spitze der Opposition gegen Perdikas zu setzen. Er führte nunmehr die Fußtruppen an, die sich für die Ansprüche Philipps III aussprachen. Melikros befahl sogar die Hinrichtung des Perdikas, was aber durch dessen souveränes Auftreten und die Tatsache, dass sich die Reiterei und die übrigen Feldherren auf Perdikas Seite stellten, verhindert wurde. Melikros Gegner verließen die Stadt Babylon und versammelten sich außerhalb der Stadt in einem eigenen Lager. Alles deutete auf einen offenen Bruch hin, doch hauptsächlich durch das Eingreifen des Eumenes gelang es, sich darauf zu einigen, dass das Königtum in gleichem Maße sowohl Philipp III als auch dem Kind der Roxane, so es ein Junge werden sollte, zukomme. Fürs Erste sollte die Regentschaft bei Melikros und Perdikas gemeinsam verbleiben. Angesichts der offengezeigten Feindschaft der beiden war das kaum eine dauerhafte Lösung. Perdikas ging zum Schein auf den Vorschlag ein und erreichte, dass ihm Philipp III zur Obhut übergeben wurde. Perdikas rief nun die gesamte Armee zusammen und sorgte dafür, dass der frisch zum König erhobene Philipp III vorversammeltem Herr verkündete, dass die Anstifter der jüngsten Unruhen, womit natürlich Melikros und dessen Anhänger gemeint waren, zu bestrafen seien. Die Fußtruppen waren durch die Ankündigung überrascht und wagten keinen Widerstand. 300 von Perdikas Gegnern wurden nun abgeführt und sofort hingerichtet. Melikros selbst gelang die Flucht, die ihn in einen Tempel führte, wohin man ihm aber folgte und wo er auf Befehl des Perdikas getötet wurde.